Ja, hallo ihr Lieben, hier ist wieder mal euer Krautscheid. Herzlich Willkommen zum 1000 Aufrufe Spezial. Ich habe hier diese vier Colaflaschen vor sehr langer Zeit gesammelt, denn ich finde, sie sehen sehr schön aus, also komplett anders wie die weißen und ich finde, sie sind sehr selten, aber anscheinend ist das hier bei dieser 0,2 Liter Größe in der Glasausführung der Fall, dass es tatsächlich auch grüne Colaflaschen gibt. Ich weiß nicht, was bei der Coca-Cola Firma abläuft, aber ich muss sagen, diese Flaschen hier sehen sehr, sehr schön aus. Ich möchte euch auch mal hier die eine Flasche zeigen. Wir sehen hier, dass sie komplett grün ist. Vom Boden bis zum Hals hier oben grün, außer natürlich der Deckel und auch die Eliketten. Und hier sehen wir, dass hier 0,2 Liter Cola hinein passen. Und was mir bei diesen vier Flaschen hier besonders auffällt, ist, dass diese Flasche hier deutlich weniger grün ist, als die restlichen drei, die wir hier unten sehen. Aber sie hat dennoch ein paar grünen Anteile und sieht dadurch auch sehr schön aus. Aber wie gesagt, diese Flaschen, finde ich, sind selten und deshalb haben sie in meines Erachtens doch Sammler wert. Und ich bin froh, dass ich diese vier Colaflaschen seit einer langen Zeit bei mir gesammelt habe. Das war es auch schon für heute. Vielen Dank fürs Anschauen. Macht es gut. Ciao.